Moin und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge LS17 hier auf der Stappenbach mit mir, dem Chris LP. Jo, wir machen weiter hier. Ganz flott und schnell hier mit unserer BGA. Das möchte ich wohl in diesem Part oder im nächsten Part fertig bekommen. Ich habe den New Holland hier schon mal zum Dreschen geschickt an den Raps. Und ja, wir werden mal schauen, ob wir hier noch irgendwie einen Schlepper mal kriegen, mit dem wir eben einen Anhänger dahin ziehen können. Ich weiß gar nicht, wo, äh, ja, genau, äh, wo unser anderer Anhänger ist. Hatte ich, wo hatten wir den denn hin? Äh, anderer Anhänger. Ach, hier ist der andere Anhänger. Okay, gut. Dann brauchen wir gar nicht den Case. Guck an, dann brauchen wir, dann können wir den einfach nehmen, würde ich sagen. Die Ladung verkaufen wir. Ähm, und wo? Wir verkaufen den. Zwei, drei, Platz steigen. Okay. Beide Reifeisen. Die Reifeisen war hier vorne gleich, das ist gut. Ähm, ja, wir machen das manuell. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller mit dem Schalten. Auch wenn die Automatik ganz angenehm ist, aber ich muss sagen, manuell schalten, bei sowas geht doch ein bisschen besser. Außer wenn man jetzt so viele Gruppen hat, wie bei dem Deutz, dann muss ich noch gucken, ob ich da nicht den Cheerbox raushaue, weil da ist es ein bisschen nervig. Aber hier für sowas kann man den wohl drin lassen. Ja, der Lexion ist voll. Okay, den müssen wir auch abtanken. Das sehe ich gerade so. Uh, da müssen wir mal gucken, dass wir gleich hingehen. Während er hier am Verkaufen ist, können wir ja eben, ähm, so. Ähm, wo bist du? Hier bist du. Ah ja, da steht der Kollege, sehr schön. Hier hat er irgendwelche Dinge ausgelassen. Ja, das, äh, ja, okay. Gut. So. Oh, 35.000 haben wir bekommen. Junge die, das ist ja richtig viel. Das ist, okay, das ist, äh, abladen, anhalten. So, du wartest eben, bis der voll ist. Ähm, das ist ja richtig immens, muss ich sagen. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viel bekommen. Oh gut, 55.000, das ist schon mal wieder so ein Wert, wo man mit arbeiten kann. Ähm, ich weiß zwar nicht, was wir jetzt mit machen, ob wir sparen oder Geld ausgeben wieder für ein paar Felder, ob wir sagen, wir warten noch bis zum 100.000, holen uns noch ein schickes Feld, oder ob wir sagen, wir holen uns noch ein paar Schafe, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ich hätte schon fast gesagt, eher Schafe. Aber da holen wir uns dann dafür einen größeren Tieranhänger, weil der Kleine, muss ich sagen, äh, ist ein bisschen klein, können wir uns dann gleich was vernünftiges holen, wo wir auch ein bisschen was reinkriegen. so, aber erstmal fahren wir über zu dem hier. Haben wir denn, haben wir den Tieranhänger denn noch hier irgendwo stehen? Ähm, ja, den hier. Aber da, ah, da geht ein bisschen wenig rein, den können wir zurückgeben, der ist eh nur gemietet. Äh, den Bergmann, den brauchen wir noch, den Schwader, äh, brauchen wir eigentlich nicht mehr, den können wir auch zurückgeben. Sonst holen wir ihn uns wieder. Ähm, wir wollten aber nach Tieren noch gucken. Hier haben wir einen LKW, wie viel geht denn da rein? 14 Schafe, das hört sich noch was vernünftiges machen. 14 Schafe, hier gehen 23 Schafe rein. Oh, okay. 23 Schafe, okay. 14 Schafe. Und die billigere Lösung, 3,6. Oh Gott, ne, der ist zu teuer. Und 2,8. 2,8 wäre der. Der würde ja passen, der würde ja reichen. Und da fahren wir dann ein paar Schafe noch, ein paar Schweintel. Und fertig. Ich würde sagen, wir machen das. Mieten. Wir geben gleich wieder Kohle aus, würde ich sagen. Ist das Beste. Dafür holen wir aber den hier, den Kollegen. Den können wir dann noch tanken, irgendwo unterwegs. Tja. Ah, ne, ich weiß, was ich mache. Äh, den hier aus. Für den Deutz ist das ein bisschen doof gemacht. Auch wenn man in Realität auch so hart zum Fahren, aber ich muss sagen, äh, das ist ein bisschen doof. So, das Wasser, was lassen wir hier? Das brauchen wir so, so, so gleich wieder, wenn ein paar mehr Schafe kommen. So. Dann ballern wir eben da hin. Können nach dem Drescher noch nebenbei gucken, wo der jetzt fertig ist. Ich weiß gar nicht, was machen wir mit dem Stroh? Was hatten wir da geplant? Fahren wir da wieder mit der Grote Bremos hier drüber? Oder, äh, lassen wir Quadrabaln machen und haben Quadrabaln? Im Fall Kompost sehe ich bislang nicht wirklich gut, weil da hatten wir doch einen sehr, ja, nicht attraktiven Preis. Das ist so das nächste. Oder hauen wir irgendwo einen großen Haufen hin, verkaufen wir das Stroh einfach so. Äh, ja, ich weiß es nicht. Einerseits würde ich sagen, wir machen das mit der Grote Bremos, aber da sind wir halt dann wieder schon ein paar Jahre dabei. Weil das dauert halt mit 10 kmh, äh, ja. Irgendwie lassen wir das mit Curseplay irgendwie machen. Und wenn der Fall ist, dann bleibt er stehen. Ach ja, wir müssen weiter, wir müssen zum Händler. Äh, ja, ich weiß es nicht. Das ist so die Überlegung jetzt, was wir mit dem ganzen Stroh machen. Weil wir kriegen ja noch mehr. Wir haben ja noch andere Felder mit Stroh. Wir haben ja ein paar Gärstefelder auch noch. Äh, oder wir lassen das Stroh da oben liegen. Grubbern das unter. Wir hätten dann gleich Chopped Stroh machen können eigentlich. Äh, und sagen dann, wir machen 120 und 119 mit Stroh. Und, weil da haben wir ja, glaub ich, Gärste und Weizen drauf oder was. Und die sind ja ein bisschen näher hier dran, ne? Wollen wir ja nicht über die halbe Karte eiern. So. Dann fahren wir zum Tierhof. Werden auch so fahren können. Naja, egal. Dann holen wir noch mal ein paar, äh, Schafe. Naja, Lexion ist fertig. Sehr schön. Okay. Ich hoffe, in den New Holland geht alles rein von dem Raps. Aber mal gucken, wie weit, wie lange der noch braucht. Normalerweise kann der gar nicht so lange mehr brauchen. Genau. Hier stehen unsere schönen Felder. Oder hatten wir hier doch Weizen, ist das, was wir hier haben. Oh, äh, da. New Holland ist auch fertig. Okay. Sehr schön. Dann müssen wir da mal gleich gucken. Während die Tiere hier eingeladen werden, aber das dauert ja nicht lang. Aber dabei können wir die, äh, Helfer abdingsen. So, 14 Schafe, 7000. Sehr schön. Ähm. Entlassen. Dann machen wir es auf die Radikal-Variante. Das spackt hier so ein bisschen rum bei dem noch. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist oder wie oder was. Kriegen wir auch nicht wirklich weg. Naja, guck's an. Ausklappen. Ich denke, wir kriegen nicht alles rein. Wär zu schön gewesen. Haben wir denn noch irgendwo ein Weizenfeld? Oh, hier. Ja. Und, äh, 119 ist auch noch Weizen. Ja, die zwei kriegen wir nicht mit dem Drescher weg. Da kommen wir nicht hin. Also würde ich sagen, fahren wir zu 119. Weil da müssen wir ja so oder so, äh, noch hin. Aber wir machen die Schafe zuerst. Die Schafe machen wir jetzt zuerst. Sag, du bist fertig. Äh, ist ein bisschen bucky, muss ich sagen. Äh, normalerweise schaltet ja das Schneidwerk aus, sobald du den Motor außen hast. Und bei Curseplay, da läuft das Schneidwerk, aber, äh, der Motor ist aus. Ist irgendwie noch komisch. ja, hier können wir pflügen, oder grubbern, besser gesagt. Da haben wir ja, ah ja, genau, da haben wir ja auch gesagt, wir wollten eigentlich mal einen größeren Gruber haben. So, dann nehmen wir das hier unten noch mit. Die Streifchen hier. Aber der Gruber kostet, glaube ich, nicht die Welt. Ich glaube, der kostet nur 12.000, soweit ich gesehen hatte. Der Saphir, hatten wir uns ja geeinigt drauf. Ähm, weil dann, holen wir uns den, den alten verkaufen. Äh, wo ist das Saphir? Hier, 13.900 kostet der. Äh, den würde ich dann irgendwann mal abholen. Der andere, was bringt der andere, wenn wir den verkaufen? Ungefähr, der bringt 9, also bringt der 11.000. Okay, das ist eine win-win-situation von bald. Das ist gut. Kriegen wir für den Reifen, gab es auch noch ein bisschen Kohle? Oder macht es mehr Sinn, wenn wir den einlagern? stopp. Äh, 2.200. Oh, könnte man wohl lassen. Könnte man wohl verkaufen. Äh, wir haben so viel Arbeit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir wollten eigentlich die Schafe machen, weil wir wollten ja noch ein paar Schafe haben. Aber gut, da kommen wir auch nicht wirklich zu. So, dann fahren wir da wieder hin. Hallo? Ja, ich hätte gesagt, wir rüsten uns erstmal mit Tieren so ein bisschen aus und mit Fahrzeugen und Maschinen und dann äh, gehen wir wirklich wieder aufs Große und Ganze, sag ich mal. Vielleicht steigt der Kompostpreis ja nochmal ein bisschen an und wir können, äh, ja mal ein bisschen mehr daraus machen. Weil sonst müssen wir wirklich mehr in Felder gehen und sagen, wir verkaufen den ganzen Rutsch alles, wir lagern erst alles ein und dann verkaufen wir alles auf Akkord. Und dann gucken, was übrig bleibt und wenn dann, sag ich mal, 200.000, 300.000 da sind, die zahlen wir dann ein und dann bei der nächsten Ansage, bei der nächsten Session, machen wir nochmal alles verkaufen auf, auf Krupp, sag ich mal und dann, äh, ja, und dann kaufen wir uns hier irgend so einen Rindermaststall oder den Kuhstall, ich würde eher sagen den Kuhstall, da hätte ich mehr Lust zu. Mal ein bisschen Kühe, kriegen auch ein bisschen Milchgeld noch. Sehr schön. Ja, werde ich auf jeden Fall offline ein bisschen aufräumen hier, das ganze Schlachtfeld, sag ich mal. Wir werden auf jeden Fall, im nächsten Part noch vielleicht ein paar Schweine uns holen. Vielleicht auch nochmal Schafe, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben jetzt dann 54 Schafe, das ist doch schon mal eine stattliche Menge. Können wir uns nochmal ein paar Schweine holen. Weil, das wäre auch noch eine gute Idee. abladen. 53 Schafe haben wir jetzt, guck an. Das ist doch schon mal etwas. Damit kann man arbeiten, das kann man wohl machen. Ja, die brauchen natürlich jetzt wieder Gras, Wasser, da müssen wir noch mal gucken, da müssen wir dann irgendwie den Case hierher schicken, den kleinen. Ich sitze hier, Reproduktionsrate, Wolle ist in Produktion, aber dafür brauchen wir halt ein paar Schafe. Ja, Schweine, ich glaube, wir holen nochmal eine Fuhre Schweine, hätte ich gesagt. eine Fuhre Schweine, dann den Grubber, den anderen wieder verkaufen. Boah, machen wir so. Eigentlich könnten wir den Waltra gleich mit runternehmen. Ja, komm, den nehmen wir mit. Der muss so runter, dann nehmen wir den gleich im Schlepptau oder im Frontoff mit. Können wir das ja erstmal vielleicht einlagern oder so. Hätte ich jetzt gesagt, alles einlagern. Machen wir mit dem Weizen auch. Und dann, ja, gucken wir, was wir hier machen. Der Abstand ist ein bisschen viel. Und dann gucken wir einfach, was wir damit machen. Na, ich glaube, wir haben im Lager noch Raps oder so und den können wir ja dann komplett verkaufen. Insgesamt. So, der wird mir wohl folgen, hoffe ich. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir den tanken müssen. Den Waltra muss auch bald zurückgegeben werden. die Krone Prämos müssen wir jetzt noch einmal richtig ausnutzen und dann müssen wir das Ganze gespannt so zu geben an den Händler. Denn, äh, ja, der Händler hat sich ja schon gemeldet. Uah, Gott, nee, ja, okay. Fahr mir drauf, Kollege. Hallo, stopp. Der Kollege will hier rein. So. Ich muss sagen, der Hof ist schon fast klein, deswegen, also, wir müssen mal gucken, ob wir uns den, ah, ja, natürlich, alles steht im Weg. Ja, perfekt. Äh, wir müssen irgendwie den mittleren Hof notfalls uns holen, denn, äh, wir, 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 wir haben so ein kleines letztliches Problem bald. Weil, ich weiß gar nicht, wo überall, äh, wo ich was hinstellen soll. Wie viel haben wir jetzt hier drinnen? 13.000, 21.000 Raps, Gerste, Sojabohnen, naja, guck an, das Lager ist eigentlich nicht schlecht gefüllt, muss man sagen. Also, so verkehrt ist das ja wohl nicht. Wenn wir da mal alles auf Akkord verkaufen, gleich das alles kaufen, was wir brauchen, und dann alles verkaufen, dann zahlen wir irgendwo was an. Entweder an den Kuhstall oder an den mittleren Hof, der beim Sägewerk da hinten raus ist. Tja. So, alles Rinder. Wie viel gehen denn Schweinchen hier in den ganzen Dingen rein? Wie steckt das hier? Komm mal hier irgendwo dran. Ah ja. Äh, 40 Stück gehen da rein. Okay, gut. Weil, wenn da mehr drin sind, werden die auch ein bisschen besser produziert. Ähm, ja, die lassen wir hier stehen. So. Aber ich würde sagen, das war's dir hier von dieser Folge. LS17 hier auf der Stappenbach und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. das war's dir. ich würde sagen, das war's dir das war's dirn. icios